ja bitte ja ich brauche noch holz man wie soll ich das lagerfeuer anmachen ohne irgendwelches brennstoff soll ich das renner schon wieder weg noch siehst du irgendwo hin gerannt genau du hast jetzt gerade entfernt geklungen also bei dir am mikrofon menschen das letzte stück pizza ist das traurigste ich komme jetzt gerade nirgendwo hin mit alle gestern ergeben wird nicht mal den Arsch die Fresse jetzt Wartemar als Mann mit Wartow ganz kurz Rivanu schlacht zu geben mit so weh es was willst du denn noch sie Möchtest bestest du dir das ist mit dem Titel wo Stünder steht die du hohes mit die Nuss die Juno ist und schon ach so ich hätte das feuer anmachen müssen wo ist der vogel hin der vogel ist weg wir hatten jetzt den vogel mehr weggenommen ich habe meine älteren aber welch ein intelligenter name stache los das gibt den für namen die heißen hey tom wir spielen was hast du das ist ich gerade gesagt dynamo ist das jetzt gerade echt gesagt ich habe auch nicht dir geantwortet ich habe den ach so weil du ja auch ich weiß doch nicht wie denn ich nenne dich nur dynamo ich hab ich habe keine ahnung wie dein richtiger name ist verstehst du alter ja warum wenn du das warum ist dann warum warst du mich dann da so einfach so als einfach weil es funktioniert tom moyang du spielst bestimmt minecraft oder ab welchem alter ist das spiel 16 glaube ich ne je nachdem mit wem du da spielst also wenn du und spielst ist auch eindeutig ab 18 21 bei uns ist ab 21 bei den anderen ab 18 ich habe jetzt gerade wieder was für das gemerkt ich habe jetzt gerade wieder kommentar verschluckt da müsste noch was kommen aber ich habe es gelassen aber auch alles runter zu schlucken nehmen wir sagen ich darf man einfach nicht sagen weil das ist böse äh ich weiß es gibt 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 YouTube Kanäle ab da ist es ab 12 gut jetzt ich will den keine scheiß kristalle wo habt ihr denn gefunden also ich bin seit 56 Minuten aber es passiert nichts also ich habe jetzt ca. 60 kristalle wo sind wir aus oh ja ich wäre gern noch mal 12 geworden oder hast du recht ja mit 12 hast du noch keine probleme gehabt echt du bist neun jahre dann bist du jetzt noch um die uhrzeit wach und guckst live streams dann möchte ich mir deine äh wie alt ist denn deine mama Onkel hör auf lasst die Eltern schon wieder hoch ist die hübsch ist die hübsch und sagt ihnen hier ja warum ich klinge ich klinge gerade so verzweifelt hey ich bin verheiratet das war bloß ein spaß ja kannst du auch nichts für find ich gut ja er merkt schon bei uns ist echt anspruchsvolles und qualitativ hochwertiges Gameplay angesagt wir haben dich schon verstanden Noxy ist schon okay wir haben das uns ja wir haben uns das bloß einfach gebildet drauf also gebildet alles klar wenn wir jetzt noch ein Sprachfehler rein haust oder hol ich meinen Käpt'n morgen ich muss notladen wo kann der Monaco Pfeile machen war das an der Smitty das ist aber was kannst du das selber machen du kannst das selber machen ich weiß aber war das wo war das an der Smitty oder wo war das an der Smitty machst du das selber machst du das selber du hübsch 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 aber soll ich mir jetzt echt die ganzen Pfeile machen ja klar gib noch IP so als Ordnung ja das du groß wirst ich hab noch Salat hier stehen Lass die Rivanu Onkel lass die Mutti in Ruhe tschuldigung ja ja es kommt ja wieder ein bisschen ja es ist schön Tom dass du dabei bist das ist schön da lernst du gleich mal hier da lernst du gleich mal hier ein richtig ultra geniales eigentlich für mich das Spiel des Jahres 2016 äh 15 muss ich sagen offiziell ist es ja noch nicht mal irgendwie halt stimmt es kommt erst dieses Jahr nicht die Sämmer alle Exus aber ich finde das Spiel sowas von ultrageil ich will äh Onkel es ist immer noch ein Alfa wir sind immer noch ein Alfa wir sind immer noch ein Alfa das habe ich doch gar nicht gesagt ich habe gesagt äh Exus also ich muss sagen das Spiel Partie der Platte mit Space Engineers also Space Engineers ist für mich zumindest abgehakt weil ich will es einfach nur Abschluss gehen ja was du alles machen kannst ja alles ran ja alles ran das Spiel ist einfach wie viele Videos wir auf YouTube hochgeladen haben wie viel erfragt warte mal okay warte mal ich muss jetzt ganz kommen weil ich weiß es auch nicht mehr warte mal ich muss mal kurz gucken insgesamt also ich komme also ich weiß nur ich bin jetzt mittlerweile bei 331 weiß ich ich habe hochgeladen äh oh Gott bist du mit 3000 sein? ne mehr ich? echt? so viele? also ich habe hochgeladen ich habe hochgeladen ich habe hochgeladen ich habe hochgeladen immer noch nicht wo sehe ich denn das überhaupt wo sehe ich denn das überhaupt? weiß ich kann na gut da haben wir den Video Manager dann guckst du auch um wie viele Videomanager du hast 4036 Abonnenten noch? ja sag mal bitte wieviel 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 ich sehe es nicht wieviel wieviel hab ich ja vorhin so schön gesehen wieviel ich wüsste du Franklams mitgelegene pike für dich dann nehme ich mich auch um rennen muss hm danke ja wenn man reisen kann dodo 3 minuten 206 tausend soviel ansatzig aufrufe ich habe um die 4000 videos glaube ich ich sehe es jetzt gerade nicht ich weiß es nicht also auf alle fälle ist noch ein bisschen als eine antwort definitiv ich glaube ich kann man so sagen ja und ich habe so warte ich möchte kurz überlegen wieviel du hast vorgeladen dynamo kommt deine sarkasmus kannst du lassen dein sarkasmus ist scheiße dein sarkasmus ist scheiße was macht ihr hier ein sit-in oder was und was machen wir? du machst den sit-in mit einem necromonga und flapsi ne ich bin gerade am handy achso du kannst dir gerade nicht sagen bei mir geht das video ding nicht weiter ja aber du grad da standest ja ich habe gerade auf mein mein dings geguckt auf meinen auf meinen youtube kanal dynamo lass doch mal das schiff stehen wenn das nicht fahren kannst ach so ich wollte kristalle holen genau ja ich mache ein kino wir haben ja zufrieden weise prime meet zu hause ich hatte vor ich habe 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 aber da fehlt eine wand warte ich kann eine wand bauen was du brauchst was brauchst du denn äh äh einfach nur noch mal eine Dätschwand äh 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 einfach nur noch mal eine Dätschwand äh 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 um zu tun du brauchst aber nicht nur noch wird du brauchst auch was braucht noch dazu zum Setschwand ich habe schon jetzt mehr mal die lange wurde bis immer zu schnell eh ich hab hier nicht gestehen wenn mein paumel des Todes und ich hab mir fest wir waren heute in 106 gruppen gepostet wenn das nicht irgendwas bringen soll es gibt so viele gruppen so ich tue mal bärchen ja nicht dass du wieder von nie wollen wir essen besser beladen oder mann aber schon reingucken oder mal der hat gewicht 406 und der hat gewicht ich nehme platte platte kann ich jetzt das viele drehen gibt es gar nicht weil es kein sattel hat neue idioten hallo so ich tue meinen sattel um satteln wir haben kein lagerfeuer noch sie schnauze also ich sagen prime geht und hat irgendjemand was dagegen dass wir den kombi holen wo ist denn eigentlich wo ist denn eigentlich schon so wo ist denn eigentlich unser quetzel doch da steht ja irgendwo mit aber ich brauche ja aber jetzt kann fliege ich hier rum könnte ich kaum noch verstehen ich muss sagen die gegen die hinten ist alles voller fotos hier können wir mal schnell was fahren ach du scheiße der jan schreibt gerade geiser ich wird gerade ganz unruhig weil ich gerade sein vogel fliegt ich habe den vogel hast man es ich habe erst mal die die der gerade gucken zu anstatt sie mit hier sind ich habe eigentlich nur vor kristalle zu sammeln für den lieben nero also normalerweise dürfte das eigentlich nicht schief gehen welches sattel welches sattel den habe ich runtergenommen habe ich habe jetzt gerade gesagt ich habe gerade gesagt ich tue den sattel auf das vier drauf ich habe es dir gerade gesagt da musst du mir mal zuhören ich halte auf sie du das weißt du doch da hast du jetzt ein problem da hast du halt pech gehabt tut mir leid tut mir leid aber ich habe es gesagt ja du doch vom nekromonka den scheiß sattel runter und haut ihn da drauf meine fresse achso das ist so ein anderes vogelvieh ja also normalerweise dürfte der überleben denn denn dein vogel das ist normalerweise onkel was denn ich warst mir hat den faktor jungen ja warum ist geiserich nicht hier warum ist jan nicht hier warum es erst nicht hier die alle gesagt sind da warum das akronische akku köln würde auch hier sein oh scheiße neben ich frage jetzt mal ich frage ich mal ganz kurz die gruppe was löst es ich glaube das war es so aber ich finde kein drach das ist doch eigentlich ich war am fliehen hat keine stamina mehr und hinlösen 1 2 3 4 5 also mindestens 5 flügelfiecher und saurer brondo stinkt saurer brondo bin ich denn die ernsthaft ist irgendwas abgezäunt ich muss gerade mal kurz schreiben ja mit spikes ja ja das ist meine ecke da hatte ich den 120 kp gemacht ok dann weißt du sicherlich auch wo ich gerade bin ja gut wo bin ich also für das lecken das tut mir echt leid das hört bestimmt genauso wie ich ja wie gesagt der nächste stream geht bei mir obwohl ich weiß ich über youtube oder twitch zehnmal ran übernächster dementsprechend bei nero dann als arzt und dann falls wir waren das irgendwann klappen sollte bei ivano und so weiter und so weiter ja aber jan es gibt ja trotzdem noch ein asset und es gibt trotzdem noch einen akku kölb die eigentlich dabei sein wollten und die jetzt hier nirgends wo zu finden sind in dem live stream weißt du überhaupt noch was es gesagt hat er hat zu mir gesagt er ist dabei samstags der hat aber gesagt er wäre dabei heute ist er wahrscheinlich auch halt nicht physisch ich habe hier obsidian gefunden soll ich das auch gleich mit absammeln absolut auch gleich mit dem steinen ich höre noch scheiß fliegen ist doch zum kotzen haben denn die zuschauer noch irgendwie ja er hat gesagt die haben gesagt drachen oder giganodo aber kinky aber kein giganodo in der wüste bitte setzen das ist sinnlos weil du kannst ja dort keine minute überleben das ist doch quatsch bevor wir irgendwie das zu bevor wir irgendwie auf den giganodo losgehen werde ich erstmal schon kreuz ich bin natürlich ich bin natürlich ja nix vogel los weil den tue ich nicht ich wollte ja nicht sagen eben ich habe mich verhalten war ich hole die gilis und dann kann wüste war ich nicht wirst du machst du machst nicht mit wenn eine giganodo der hier irgendwo rum rennt aber nicht in der wüste das ist quatsch weil ich da verbrennt hat dann ist doch quark ach nee finde ich blöd mache ich nicht mit ich kenne ich kenne große fresse passiert nichts passiert nichts zwei vögel drauf gegangen ja ja drei vögel auf dein vogel springst was soll ich jetzt mal mich selber zu fleisch lassen die vogel und rumpf lagern und was ja klar so nach dem thema flieg fliege die freiheit oder ein jahr aufsteigen und weg und nicht noch mal dann nach komm mal die klassen diese scheiß lache vor dem k also entweder wir suchen den giganodo so oder ich mache nicht mit so mein letztes wort was unter so wie zu schauen so ich habe so eine grobe idee da muss ich einer sagen der wüste ist einer weiß ich auch wo der ist kann ich euch zeigen jetzt habe ich kristalle abgearbeitet und habe nur stein raus geholt was denn das von schwachsinn ich suchte gerade deine kristalle zusammen wo siehst du mich ach da bist du das davon ne bist du gar nicht ach sorry leute ich habe dich ein bisschen gehört super ok